Wir sind vor dem zweiten Spiel, Deutschland gegen Polen, spielt am Donnerstag. Das erste Spiel hast du schon richtig entschieden. Sehr gut, Willi. Du hast entschieden, Deutschland gewinnt gegen Ukraine. Genau so ist es auch gekommen. Wer wird jetzt der Gewinner sein? Du weißt es schon, du wirst es uns gleich mitteilen. Das ist unser Juni Korakel. Das ist Willi, das Einhorn. Willi, bist du bereit für deinen großen Oracle-Job? Ich denke, das heißt ja. Dann würde ich sagen, wir schauen mal, wer das Spiel Deutschland gegen Polen gewinnt. Willi und bitte. So, Willi, bist du bereit? Ja. Und dann jetzt direkt wieder nach Deutschland. Das ist Deutschland. Es kann kein Zufall sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste ganz genau, dass Willi, das Einhorn, einfach weiß, was man machen muss. Die Leute werfen uns jetzt wahrscheinlich vor, dass wir das tausendfach gedreht hätten, dass immer Deutschland gewinnt. Haben wir nicht. Das ist tatsächlich die Entscheidung, die freie Entscheidung von Willi, dem Einhorn. Er weiß einfach, dass Deutschland auch wieder im zweiten Spiel eindeutig gewinnen wird. Wir sehen uns zum nächsten Deutschlandspiel auf jeden Fall wieder. Willi wird wieder orakeln, wer gewinnt. Aber ich habe das Gefühl, es wird wieder Deutschland. Willi weiß einfach, wer die beste Mannschaft ist. Das wird spannend. Jogi, macht dir keine Sorgen. Willi macht das schon. lives Cha ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020